ok es geht weiter es geht nicht weiter neue projekte und musik von dir ja das ich habe schon sowieso eingetragen das wochenendprojekt machen dann wochenende die doch immer so heute ja die werden so hochstellen so ok und wir beginnen einfach mal ganz stumpf datei 19 auch nicht 2 zu 2 ich musste extra das neue runterladen das andere hat gar nicht funktioniert ich weiß man eigentlich irgendwie wann er gekommen ist bei welchen spieler anfang ist keine ahnung ich habe ihn erst bei marika zu kennengelernt das ist ein stumper charakter ok da habe ich das anfang ja er ist aber sowieso und das ist nicht immer so wenn du es machen wir so und dann nimmst du zu dir ja ok aber es darf nicht so wenn du siehst du in den daten immer abwechselnd guck 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 ich habe gerade fünf zu leben verloren und das meint spiel das war so ein stumpfer tor das ging nicht das gehen will ich habe das spiel nie gezockt das hat man trotzdem nicht ich kann es nicht mal wenn man zum ersten mal sein leben anfängt sofort bei den zwei jährigen das ganze trennen rennen muss ich sprechen versuchen wir einfach da war schon neu mit hinten meins geht extra mir zurück ganz rennen ich muss das man sagt steuerung hier klarkommen habe ich das gemacht mit dem du musst gleich wieder einstellen also ich würde damit nicht klar kommen wie ich das mache ich mach lieber was die ist ich muss hier alles wieder umstellen nein nur für das spiel ja dass wir spielen daran nachhinein vergisst weiß ich schwer das ist somit die zwei tasten die ich kann ich kann es doch ich kann es guck wegen der fertigkeiten zu haben wir den ersten vergesst kommen wir machen wir noch mal nein einfach die menschliche menschen sammeln sonst vergessen wir da wie das oder willst du noch die ok ich habe uns lieben es gemacht die weg es heißt nicht dass du bist zwei ich habe mich noch mal keine solle blumen jetzt kommt aber das kommt echt vor ob ich jetzt sterben würde ich weiß sprinnt ist ja nie hat die kontakt wirklich nicht klar richtig was denn guck mal ja das gibt ja so spiel es gerade ein was erwartest du denn ob ich jetzt perfekt das sind bekommen ja das heißt das ist die erste glaube ich gewesen jetzt die zweite sind gleich im der ziel was dann oben hier drinne die erste dann die zweite der ist noch nicht warte genau die jetzt kommt ja ich hab schon wieder egal wie haben alle menschen hier stehen auch keine wandsprung wo komme ich wieder raus ok wir sagen ja wenn man dazu diesen unfall nichts mal okay muss die wir vergessen einfach dass es gerade passiert dass ich mich auf das welt ich habe nie gespuckt wir vergessen drei mal springer recht ich weiß aber egal spiel spiel aber nur das level wir lachen nicht tun sie so du lachst nicht richtig das geht nicht das ist verboten das kann ich halt das ist verboten das sind fähigkeiten muss man zwar muss ich stehe jetzt das spiel wurde schlecht wird übertreibt so schlecht bin ich nicht okay gibst du ich bin manchmal schlecht aber jetzt gibt es eine manche momente was wäre ich als auch gerade gestorben im ersten was witziger was so und noch ein schlag dazu kurz mit kurzen hier und das zu dir so muss die rede man redet du redest jetzt dass du siehst das zeigt auf dich auf dich guck 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 das ist das ist mogelbaum ihr mogelbaum kann man das sind wie ich kann ich kann das spiel nicht so wie ich ich habe das einmal kurz auf die es gespielt ist meine so wie meine schon meine schon gesagt noch meine kusine so wie ich ich bekomme mich auch nicht sogar damit aus damit kriegst du was raus ich kann das nicht so spielen ich muss es mit x was mit x man gewöhnt ich dran du hast du hast du bist ein guter spieler da ja dann kannst du dir an die steuern gewöhnen das ist normal muss die dann guck doch mal so da mit der steuern und da muss sie mit der steuern gewöhnen recht ist auch ein kumpel kann er hat bis jetzt extra gegen minzen runter gekostet hat so an den wandsprung glaube ich kann ich auch wenn du es nicht jetzt kommen wir sofort seine leise der finger tun wie dann gewöhnen dich dran oder macht fingerfertigkeit liebungen oder so springt drauf und wo und wo das ist die erste guck mal nach erst ja die erste grüße so muss die grüße hatte gab es nicht darum eine spezialweg oder so andere steilen du kannst aber damit ja aber nicht auf die anderen teile was du mit davor meint ist einfach mal so überspringen nein da ist nicht schlimm einfach die zweite minzer die teil habe ich gehasst diese balance teile muss aufpassen davon glaubt hast du ein leben bekommen oder ein pilzer oben ich glaube es sind diese mehrfachen die unten rechts die blumen ändert sich immer besser hat gerade die piraner pflanzen jüdische geräusche sagt der typ egal ich darf nicht reden ich wollte ja ich kann reden aber naja da ist nichts jetzt was kommt denn jetzt geht es einfach ich bin jetzt gar nicht sicher dann doch nicht was jetzt welches liebsten ist du willst du willst du hast du das nur gewohnt hatte der besser andere rum glaube ich raus beim arschbombe damit weiß ich muss ich alles kommt noch das bräuchte das leben ok die leben die ich verloren habe es wieder gut gemacht okay das können wir nicht können wir wirklich die störung mit jetzt im ernst ich kann das schon schwer so wird meine finger tun weh wieso meine finger nicht weh und handgelenkt dabei weh ja du hast fingerfertigkeit da gibst du zu dass ich fingerfertigkeit ja du hast fingerfertigkeit los dass ich mich aber ich gebe das wirklich zu sagt das jetzt einfach nur so ja ich sag's ja und das wechsel soll es ja guck du sagst es ein ja aber das auch stimmt nein wechsel das nicht scheiße du wichser bitte lass es jetzt ändern bitte mein handgelenk tut wirklich wie dabei ja ok warte wir sehen uns gleich wieder ja wir sind gestorben naja es geht weiter leute und ja wir müssen vor vorne anfangen wieso weil ich glaube keine fahne gehabt oder so die ganze schlimmer mache ich schnell mit die blumen haben ja geben wir uns gleich einfach einen neuen drogenpflanzen wo war die ganzen wird sie den geheimen weg wieder benutzt das bringt ja eigentlich wasser leben nein aber auch eine münze nicht und nein da war keine münze ich hatte keiner gesehen das weiß ich sie pflanzen alles mal gibt es kann aber die waschbären gibt es hier nicht oder von oben ich habe die intuition schon entwickelt wenn meine mutter kommt und tausend als solche die schränke ich mag ihn wenn er sich das altos macht jetzt muss ich muss damit ich muss noch wissen glaube ich es ist ja ein bisschen anders also dieses mario system wie er so geht ich glaube da ist jetzt nein kannst du mitnehmen also jetzt kommt er wieder nein kein abgegründet doch 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 das musst du vor das war ich mal ich meine ähm gibt es doch am schluss mal so du bist da wird welt 2 welt 3 nein das gibt es nicht hier und glaube ich doch das gibt es hier aber nicht alles aber das ist noch nicht dafür muss man was freischalten ja ach verdammt fast ich habe da an schrumpen wenn ich jetzt das ist ja hier hier drei muss prima rechts noch gekommen nehmach einfach machen wir ab jetzt wer stirbt halte du es dann danke nichts haben wir haben haben wir kurz zu mir die wollen auch meine stimmte manche stimmte lange nicht hier lachen ich lache nicht ich bin ich jetzt gerade da reingegangen ist eine welt und ich glaube also davon beim ersten mal das auch so was hat man solche gewinne mit dem blauen oder so etwas aber was nennen hat jetzt dass ich bin okay ich habe so was euch nimmt also die blaue der mic jetzt 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 wenigstens micro jetzt das micro müssen micro pilz es wirklich ein mini also dann bist du kein mini um diesen weg zu frei zu schalten ist ja den normalen weg benutzen oder jetzt bringt uns gar nichts weil oder ein level aber können wir später machen dann kommen wir müssen alles kommt wir müssen sowieso alles mit der wochen ja alles komplett was ist das obere kann man nämlich dann springen so hoch springt bestimmt ja vorhin egal dass das rote oder was meinst du nach dass da ja ja dass das rote gewesen stimmt es leichter ich habe doch nicht so was was weh tut also für mich nicht dass mir irgendwie tut es nicht aber man kann einfach ganz rüber springen ich glaube jetzt gibt es auch auch noch in diesem okay jetzt bin ich am ende so geht das jetzt ist es sieht einfach ich war jetzt wirklich viel einfacher sind das level oder sagt du erzählst das level dann kannst du zu das ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß genau gehört wir haben uns das heißt darf ich okay nur bis sie die müssen die müssen haben wir eigentlich bis zur 66 und sich nicht so was sie haben auch so ein bisschen nein machen doch heilers dringend aufnehmen welche machen ja ja was sie fühlen für mich sonst so ich weiß wieso man kann doch bestimmt sagt in den fressen das war ja aber ich meine geheimgänge und hier ist auch ein geheimgang das ist ein geheimgang wird man nur leben ist gut ist doch gar nicht meine geheimgänge sollen besuchen besondere levels ja wie gesagt noch ist noch andere münzen das reichen herrkunde das man so wie gestern ich bin mir sicher ich bin mir sicher dass es nicht ist ich habe so gefällt jetzt wissen wir wie sicher ich bin ganz sicher ich bin ganz sicher dass solche also muss man ist immer die wo die lütze wie ansprung lasst mir so stirbt juhu ich meine weiter weiter jetzt geht es auch da ist eine münze die erste ich kann das spiel schon teilweise ich habe zum ersten mal und wenn ich das nehme ist das gut nein oder wie du willst du kannst du bist klein also nur du hast ja schon gespielt nicht so sehr lange leben dazu ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm ist nicht über hier nehmen nein nein es muss schon in der lesen die wollen ja meine schöne stimme hören so kommt man akzeptiert ist einfach muslim was abzielt gucken wir haben alle noch nicht alle die wichtig sind damit du was bekommst oder ich habe nur große die kleine in die kleinen peter wirst du verstehst du willst was eigentlich habe ich habe mich zu den kleinen pils du jetzt nicht so ob du nicht zugehört hat das er selbst zu machen solchen kleinen das ist ja klein und klein macht groß zeit vielleicht naja kommt nur heil an das ist das wichtigste dass das nächste der blau gleich weiter machen ich glaube ich habe ich glaube ich habe es ja kein les mehr gesehen mit mir zu beim augeniusen beim august ii herr zuschauer hält abonnenten hält ein so eine tarnige dort zu tun ich meine neuer dachte ich kann das neue als neuer jenus die neue jenny nicht neuer ich weiß ich weiß natürlich ich weiß ich weiß ich will ich will ich will ich will ich muss auf mich zeigen bei meinem glück krieg ich das hundertprozentig nicht kann das ich weiß nicht wie jetzt das war jetzt nicht geplant aber naja sexy aus ich weiß er ging gerade von alleine erst jetzt gesehen dass man bringt nach dem level machen wir sein kann okay wir haben ja neun minuten schon wir wollen ja nicht zu viel mp oder willst du noch eine welt dazu sagt du guck mir einfach wie lange ich jetzt rufen mein tod war irgendwie witzig jetzt gestochen das war anders gespielt ich habe mich jetzt geduckt das habe ich noch verloren ich dachte das einfach so ich dachte du springst in die lücke ich schwör auf alles das muss alles tut er nicht bringt sowieso nichts er lebt wieder gleich ich dachte muss das jetzt besser ja auch sterben wenn du klein bist also mit einem pilz natürlich 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 nicht natürlich das war das drogenspiel angeht mit pilzen das die groß wo sie es irgendwie komische schildkröten und alles das richtig ist drogenspiel sind echt ja ich weiß aber trotzdem mal sind nicht hin und wenn sie nicht mehr groß die leute ihr habt ihr gehört wenn du musst die wenn ihr Pils in der großen stark die war ich habe mit das ist in der oben dieses riskieren nur ist gut das sind dann ist es und schon mal gut aber wir meinen es ist nicht sagt es so das heißt man da reicht so kann ich den weg runter da kriegst du münzen ach so dass man skills leute das ist ja da ist die hat die schweren zu kommen man ist fingerfertigkeiten muss die ja peter noch nie muss ja nein das wusste ich noch das wusste ich nach oben doch das war immer so mit dir wieso du wirst nicht machen ich wollte gucken was das ist ja bei ich wollte das ist nur bei diesen roten da oder bestimmte level da kannst du weg ganz machen wenn nichts da muss auf der kurs springen muss ich nicht so kann man soll nicht vergessen die kreis bei ihm muss ich noch was einbunden aber in diesem spring muss man sich mal das ist immer schön dass er gegen ein kleinkind kennt die bussi auf glattner gegen ein jung und ja jetzt kommt das schloss denn sind und die kanone das ist und die katapuliert katapuliert uns hat es gerade richtig gesagt wie heißt es denn katapuliert habe ich auch gesagt hast du wirklich egal leute wir machen trotzdem aber egal kommt eine welt noch katapult katapult katapulieren nein katapultiert katapultiert scheiße mal nicht katapulieren ich bin nicht plötzlich voll dumm leute ich bin schlecht einfluss aber richtig und warum die kinder auf musik ist immer schon aufpassen da kommt da deswegen gesagt kleine guter damit christophie mein ganzes ich bin jetzt nichts das heißt kommt jetzt wenn ich das jetzt genommen hat dann ist das gemacht also jetzt bist du die erste glaub ich das den münzen glaube ich jetzt mal aber ich weiß schon die erste mit so gehen so klar jetzt musst du in den däden 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 und die kritisieren wie hierher kann über wasser gehen mensch hat wir schon das jetzt ist das was sechse jutsu komm ich komme sexy jutsu du weißt du wo der pilz ist noch voll die wasch... ah nein warte mal... wasscht der? geh weg! er geht nicht weg, er will dich auch her ich mein flieg weg das klingt der doppelt so doppelt gemoppelt ich kann fliegen! ich bin da in die lücke perfekt reingefallen das war zufrieden ich kann fliegen! das war zu perfekt da musst du diesen roten schön guter benutzer was macht ihr da? ich will mich verwirren, hast du gesehen? was für verwirren hat er doch nichts gemacht doch, was ich gesehen! was denn er ist um die... er ist um die gegen gegangen ähm... wie traurig, nein! wie traurig! das ist ihm getraurig! digga komm rüber! du willst sterben man digga, spiel ernst! was hab ich gesagt? ich hasse klein, ich hasse einfach, da bin ich richtig nervös! ich muss mal groß sein! immer krieg ich das, oder? immer krieg ich das! ey nicht so wirklich mini sein! ja du hast es entschieden! ah jetzt muss ich nicht wieder offen sein! ey, wenn ich jetzt wieder gegen ein Gumball gestorben hätte! ey komm her! du bist echt nicht schlecht verantwortlich! tut mir leid, wenn ich spiele dann achte ich nicht auf meine grammatik! ich bin jetzt player! es kann ausfüllen! niemand achtet so auf seine grammatik! stimmt's? ich achte, ich tötte diesen bastard! wenn er dich nicht füfft! nein! ja dann! weg damit! er kommt gleich wieder! ja! das ist knapp! Das ist ein Skillsmusik. Ja, 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 okay. Wie hießt? Juh, wie ist ein Sprung. Pils? One of his? Ah, okay, ich weiß schon. Falsch. Ach. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, scheiße, Mann. Nur Verstecker, du. Ach so. Du kannst fliehen. Fliehen. Vergesagt. Oh, bin ich nicht aufgekommen. Scheiße. Das hatte ich nicht gemacht. Das wollte ich auch nicht. Nein. Okay. Ich hab jetzt hier viel Zeit gelassen. Hast du auch so richtig gekommen? Hast du da bisher gestorben? Komm, Pils. Pils! Ja, versenken! Ach gut. Hast du einen Profil? Das war gerade der Richtige. So geht's. Ja, komm, mit unserer letzten Versuch, dann müssen wir Cut machen. Ach, ja, wo hast du dich schon davor? Ja, davor. Guck, jetzt gewinne ich sogar. Jetzt gewinne ich. Toll, die Wechsel. Was bringt ihr da? Ja, wie wird's jetzt an das Teil kommt? Muss klein sein. Soll ich das benutzen? Ja. Oh nein! Gumba! Gumba! Ja, hast du dich schon. Ich schnapp alles. Ey, wenn der Gumba jetzt in diese Richtung kommt. Das war knapp. Das war knapp. Ah, das war knapp. Warte, warte, bitte, 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 bitte. Ja, nein! Jetzt auch noch. Du bist zu klein wie dieses Rohr. Du kommst nicht vorbei. Okay. Was? Du musst, glaube ich, in das Rohr rein. Aber hab ich doch grad versucht. Ja, das geht nicht, weil du zu... Du bist zu klein. Mhm. Egal, wir können das Level nochmal gleich machen, deswegen. Komm, schnell anziehen und dann abhalten wir den Part. Wenn du jetzt stirbst, du blick... Kumpf안�ло trägst. Ich hab´n mit den Mann und den Karl-P quelquefoll wahnsinnig. 2 Hundert Fluss im Pyrillium nein. Egal, ich humour raus gesch dispose older- 2 Waren hat ein Siehst du jetzt, warum wir. Wir haben noch genug. 7? Warum? Und da Leadnet nach Liaings. Ich hasse Humor dran, wenn. Irgendwer anruft unter Wasserlenmeinen. Heute sehen wir uns in der nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, tschüss!